Herzlich Willkommen zu einer Folge FischCopTV Ihr ist der FischCop und wir spielen weiter Shadow Warriors WAHIYA WAHIYA Ok und die letzte Folge war eine Schmach Das war ganz ganz schlimm aber man muss dazu sagen Das Spiel das leitet einen auch nicht besonders gut Ne mit dem komischen Ei um das Ding da unten Wo man einfach runter gehen musste nachher Wo ich eigentlich schon mal gewesen bin Das war einfach alles kacke Arsch Und jetzt haben wir hier was neues und zwar Ein Schikristall Hm Was muss ich da nochmal machen Warte mal ich muss mal kurz gucken Ski geben wir ja für Powers aus Und da haben wir ja letztes Mal irgendwas gemacht Warte mal warte mal warte mal Requires River Dragon Water Trap Ok ich glaube ich muss Water Trap kaufen Um hier irgendwas zu machen Genau ok Ok cool das heißt wir müssen das eh kaufen Und was steht da Release Ski Energy Obwohl wir haben ja hier Das gibt ja schon wieder ganz verschiedene Sachen Wir könnten uns heilen Und wir könnten uns protecten So hart kondommäßig wahrscheinlich Ne nur halt als Schild oder so Ich mag immer nicht Wenn man so viele Auswahlmöglichkeiten hat Das ist Das ist der Teufel Es ist Hitler Oh hat Hitler gesagt Das darf er nicht Ok Ok Movement Blocks 40% Of Frontal Melee Damage Oh man ey Shockwave Ich finde Shockwave Hört sich total super an Ähm Tigers Roar Ok WW Und dann Rechte Maus Button Hä? Komm das machen wir jetzt einfach Wir machen es einfach Wir sind einfach mal so ganz spontane Füchse Oh mein Gott Oh mein Gott weiter geht's weiter geht's Simo Sinamamuru What Ok Ich würde gerne Ähm Mit dem Schwert Irgendwen kaputt machen So wir müssen weiter Geld sammeln Wie viel Geld haben wir? 887 das reicht nicht Um irgend so ein Waffenupdate zu holen Aber ich habe hier eine offene Tür gesehen Und den nehme ich auch mit Schwing Ok Dämonen Dämonen Seid ihr es? Seid ihr es? Ich habe eine Nachricht für euch Sie ist hier versteckt In meinem Rechten Mittelfinger Roar Oh hier ist Leben Brauch ich nicht Brauch ich nicht So ein Quatsch Was ist hier? Patronen alles voll 27 Mark Wer braucht denn 7 und Hallo? Das ist eine Beleidigung Warte mal hier ist noch mehr Was haben wir hier? 127 Das ist schon ein bisschen mehr meine Kragenweite Aber nicht annähernd eigentlich Wir brauchen ja irgendwie 2 Millionen Ne? Und jetzt haben wir halt 27 Mark gekriegt Das ist natürlich albern Das prangere ich an Oh hallo Ok WW rechte Maustaste Und Das hat ja nicht so viel gebracht Ne? Warte mal Das ist doch richtig Das ist doch richtig albern geradezu Oh ich habe Karma bekommen Schwing 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 Achso wolltet ihr was sagen? Entschuldigung Haben wir hier ein Herz Da habt ihr schon ein Herz Boah ist das geil das spiel Ey der schießt auf mich Der schießt auf mich Der schießt auf mich Das Das finde ich nicht gut Headshot Oh yeah Oh yeah Baby Oh yeah Baby Guck mal, übrigens, wenn man auf R drückt, ne? Wie Reload. Guck mal, was er denn macht, wenn man das Katana in der Hand hat. Ach, geil. Es ist so. Es ist so unglaublich cool, dieses Spiel. Kaputt! Oh. Okay, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Guck einfach weg. Einfach, einfach, äh. Der Sheriff. Was? Mal sehen, ob er ein paar decenten Wehäuser hat. Se, Senor. Oh, falsche Sprache. Ups. Ähm, nicken und lächeln, wollte ich sagen. Jetzt können wir das hier noch kaputt machen. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt bringt. Mal nachladen hier, bitte. Ist denn da was drin, oder ist das dann einfach nur so da? So kaputt und da. Und, und, äh, lebt sein kaputtes Dasein. So, der Sheriff. Was? Was ist mit dem Sheriff? Wir könnten jetzt hier in die Tür gucken, aber erstmal looten wir hier. Denn ihr wisst, ähm, looten ist des Försters, äh, Porzellan-Elefant. Oh. Oh, geil. Okay. What? Cowabunga? Falsches Spiel. Okay, ähm, ich schieße mal kurz. Geil. Geil. Okay, das, das, äh, macht ja nicht ganz so viel Schaden, ne? Das ist ja gerade zu albern. Wie viel Schuss haben wir denn da? Okay, also ich nehme an, man wird auch noch andere Waffen hier kriegen in diesem Spiel. Dabei dachte ich, es ist ein reines Katana, geschnetzelt. Salat. Aber ist es. Dem ist wohl nicht so. Naja, man kann ja nicht alles haben. Was? Was müssen wir? Ich kombiniere, Professor, dass da ein Weg frei geworden ist. Oh ja, hier. Oh ja, hier. Das war leicht. Das war leicht. Oh. Hallo, Häschen. Hallo, wie geht's dir? Ähm. Geht's dir gut? So was macht man nicht, Verschkopp. So was macht man nicht. Das verstößt gegen meine Ethik. Ich kündige. Wo kündigst du denn? Wer bist du überhaupt? Oh, haben wir jetzt hier PDW-Rounds. Ach, das ist eine PDW. Cool. Kapopp. Hm. Alles leer. Wo sind die ganzen Leute hin? PDW-Rounds. Yeah. Kapott. Ich feiere Sachen immer mit irgendwas kaputt machen. Oh, du hast heute Geburtstag. Kapott. Ich schenke dir zu deinem Geburtstag aus tiefstem Herzen. Kapott. Okay, lass uns mal hier weiter ein bisschen vergnügen. Ich denke mal, kapott. Wir möchten jetzt hier mal so ein bisschen, schon wieder ein bisschen Demonsalat. Schredder. Red on that shit. Sehr gut. Sehr gut. Hier haben wir noch mehr Geld. Wir brauchen Geld. Wir haben schon 1400. Oh, PDW-Rounds. Ähm. Wir haben schon 1500. Ich glaube, wir brauchen 2200 noch irgendwas. Geschichte. Damit wir da irgendwie wieder weiter was einkaufen können. Oh. Aber erst mal. Schnetzeln wir noch ein bisschen weiter. Ich werde wahrscheinlich total die Übersicht verlieren über diese ganzen Kräfte, die man da erlernt. Hör ich da gerade Menschen? Ne. Aber ich höre, ich höre Viecher. Die, die überhaupt nicht gerne sterben wollen. Aaaaaaah. So. Irgendwie, diese PDW-Rounds macht irgendwie gar nichts. Macht irgendwie null. Aber die macht gar keinen Schaden. Bisschen. Bisschen. Aber nicht viel. Aber nicht viel. Aber zum Glück. Zum Glück. Bringe ich so viel Skill an den Tisch. Dass ich hier alles so kaputt mache. Warte mal. Wir haben ja noch diese eine Kraft. What? What? Boss Socks. Boss Socks. Warte mal. Ich bin bis nachgelenkt. Ich muss mal kurz das, äh, das Herz rausholen. Oh, ich bin gleich tot. Oh, jetzt, jetzt hört ihr die doch mal. Und du zuwächst. Jetzt. Okay. Und jetzt? Äh, weh, weh. Äh, heil dich. Oh, das war knapp. Das war so knapp. Das war so unglaublich knapp. Und er sagt's noch. Oh, fuck, hat er gesagt. Warte mal. Wie war denn diese eine Kraft, wo ich so um mich herumschlage? Nee, nee, äh. Wow. Oh, ho, ho, ho. Okay, ich muss noch mal, ich muss noch mal, ich muss noch mal heilen. Ich muss noch mal heilen. Oh mein Gott, was ein Stress. Was ein Stress. Ich hab mich überhaupt nicht konzentriert. Oh, ho, 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 ho. Einmal noch laden. Hui. Und. Oh. So ziehst du sterben? Oh, guck mal, der Arme ist ganz verletzt. Ah, kaputt. Wie ein kleines Reh hat er mich angeguckt. Ohne einen Arm. Und dann hat er geweint. Okay. Wir haben den Lager im Griff. Wir haben hier ein Herz gefunden. Und eine VHS-Kassette. Crazy. Sind wir hier im Jahre 1834? Oder wann gab es die nochmal? Okay, ich finde diese Eigenschaft, dass man sich heilen kann, zu jeder Zeit und immer, die finde ich sehr gut. Weil, ich meine, du musst ja diese Kombination machen. DD, rechte Maustaste gedrückt halten. Und das schaffst du ja auch nicht immer. In jeder Situation. Deswegen finde ich das total fair. Und er macht es ja eh nur bis 65 HP. Insofern kann man das machen. Komme ich hier hoch? Oh yeah. Oh yeah, was haben wir hier? 382 Mark. Und noch ein Keks. All your cookies are belong to us. Wer spricht? Okay, wir haben hier. Warte mal. Können wir hier die Kisten wegnehmen? Danke. Was ist das denn? PDW-Rounds, geil. Und man muss gar nicht drücken. Man kann auch einfach nur in der Nähe stehen, sehe ich gerade. Geil. Geil. Tick des Tages. Fischkopf hat immer auf E gedrückt. Das ist total unnötig. Ihr könnt euch einfach daneben stellen. Dann sammelt ihr auch schon alles ein. Aber das kann man, glaube ich, in den Optionen ausmachen. Das habe ich, glaube ich, in den Optionen gesehen. So, haben wir jetzt hier alles. Weil da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Okay. Äh, da ist noch was. Ne, das Leben haben wir schon. Alles klar. Weiter geht's. Auf unserer Schwertkampfreise. Ähm. Diese Ancients. Warum wollen sie den Nobetsurakage? Die Ancients sind immortale Beine. Sie regeln den Schattenrein und nichts kann sie schlagen. Okay. Except für diese Schuhe. Ah. Also wollen sie es? Äh, ja. What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Es ist der Todeshaus. Der Hasen des Todes. Oh mein Gott. Was macht dieses Spiel mit mir? Es will mir von hinten durch die Strohhose pumpen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. 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 Was ist denn hier? Ich habe wirklich den Todeshasen des Todes gespawnt. Damit kann man auch nicht rechnen. Oh mein Gott. Ich habe ihn erledigt. Ich habe ihn erledigt. Was ist das hier? Was ist? Das ist ein Stück Hasendarm. Ähm. Kein Nickeldärmchen. Okay. Da hat er ein Herz gedroppt. Aber wir haben ja noch eins. Kaputt. Ähm. Das war abgefahren. Das war ja gerade immer richtig abgefahren. Was war denn da los, Digga? Okay. Ich habe mich wieder verlaufen. Ich habe mich wieder verlaufen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe hier. Ich hole hier mal die Waffe raus. Mal kurz nachladen. Ach. Ist schon nachgeladen. So. Dann locken wir die hier an. Hey. Bros. What up. Und dann locken wir die hier an. Und dann spritzen wir da hoch. Oh yeah. Kommen sie. Kommen sie. Bam. Bam. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Dieses Spiel gefällt mir sehr gut. Oh oh. Oh. Ich dachte, da kommt schon wieder Todes. Hase bis Todes. Das sah so ein bisschen so aus. Hey. Guck mal. Der ist schon ganz schlecht. Hey. Ich habe hier ein Pflaster für dich. Oh. Ich habe mich vertan. Das war gar kein Pflaster. Party. Kaputt. Wir gehen weiter. Hoch konzentriert. Stürzte er sich in den Dschungel. Er wusste nicht, was auf ihn zukommen wird. Und da traf er ihn. Sein Erzfeind. Sein Nemesis. Es war. Hans-Joachim Kanickelkopf. Ich habe ein bisschen Angst, den jetzt zu hauen. Aber na gut. Wir kommen nicht drum rum. Okay, daneben. Vorsicht. Zack. Oh shit. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Loser. Yes. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wir können heute Nacht in Ruhe schlafen gehen. Ich habe mich verlaufen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich darf mal hier lang. Hier werden die WGE zusammengekommen. Das muss kaputt. Das kannst du ja keinem zeigen. Hier geht es lang. Ich höre was. Ich höre was. Ich muss aber erst das Häschen kaputt machen. Ich habe mich schief angeguckt. Und das auch. Was hast du gerade gesagt? Hast du mich gerade Ding genannt? Oh Mann. Ey. Oh shit. Okay. Jetzt kommen wir dem Salat schon wieder. Wo ist er? 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 Schlimmer als das Denderman. Das wie ich... Oder? Ist es weg? Nein. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Headshot. Habe ich einen? Yes. Oh, das sind wieder diese Feature. Ich muss sagen. Ich muss an dieser Stelle sagen. Auch wenn das hier alles so ein bisschen albern aussieht. Ist es ja auch. Aber das Gameplay ist so unheimlich flüssig. Und macht mir so eine Laune, dass ich dieses Spiel gerne heiraten würde. Lieber Shadow Warrior. Willst du meine Frau werden? Oder mein Mann. No homo. Hä? Kapost. Ich gehe jetzt hier rein. Ist mir scheißegal. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich mache, was ich will. Lachen wir noch bitte. What? Okay, das hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht treffen können. Weil das macht... Oh oh shit. Habt ihr das gesehen? Ähm. Ich würde ja wahnsinnig gerne mal hier ganz kurz gucken. Wir haben noch keine... Okay, warte mal hier. Skills. Haben wir schon wieder einen Karma-Punkt? Okay, haben wir. Denn ich brauche... Katana Masteries. Nee. Ich brauche ganz dringend... Wo ist es denn hier? Movement. Luck. Mind. Restauration. Hä? Ist das hier gewesen? Ist das hier bei Restauration? Soul Hunger? Soul Drain? What the fuck? Nee. Ich möchte gerne... Ich verrate es euch jetzt. Ich würde gerne mehr Leben hauen. Das war wahrscheinlich woanders. War das bei Powers? Ich glaube, das war bei Powers. Flogs Healing. Äh... Receiving Damage... Nananananananananananananananananana... Ne, es war nicht bei hier liegen. Was ist denn Flux? Und das Power auf... Flux now affects and range enemies as well. Was macht denn das? Releases against the fossils from the ground. All enemies in its path active... Das verstehe ich nicht. Shockwave. Protection. So ein Knockdown. Knockdown? What the fuck? Endurance. Healing. Ich dachte eigentlich, das wäre bei Healing. Aber ist das nicht. Ich will mehr HP haben, Leute. Ich will einfach generell... Ich möchte einfach generell mehr Leben haben. Aber wie kriege ich das? Okay, hier nicht. Ihr schreit wahrscheinlich schon wieder voll auf dem Monitor. Mensch, Fischkopp, das ist doch völlig klar. Du musst doch einfach nur... Ja, aber wo denn? Wo denn? Luck ist es nicht. Mind? Doch hier, Base... Wieso ist denn das bei Mind, bitte? So ein Quatsch. So ein Quatsch. Wer hat sich das denn ausgedacht? Egal. Das hier... Warte mal. Base HP increased by 10 Points. Nehmen wir das mit, ne? Yes. Learn it. Know it. Back to the game. Okay. Einfach damit wir so ein bisschen mehr Sustain haben gegen diese ja anscheinend bald erscheinenden großen Riesenviecher des Todes. Und... Das ist eine sehr gute Idee, die ich da hatte. Müssen wir jetzt da runter? Ich glaube, wir müssen da runter. Upsi. Dozi. Ich glaube, es geht hier lang. Ah, dieses schöne, schöne Spiel. Wow. Wow. Okay. Warte, 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 warte. Ich möchte gerne noch eine Kraft ausprobieren mit meinem Katana. Nachdem ich hier so ein paar Headshots gelandet habe. Oh, shit. Oh, shit. Okay, warte, Katana-Time. Katana-Time. Oh, geil. Ähm. Kann man die Headshot mit dem Katana? Steht dann der Headshot? Äh, nee. Was heißt denn Schredder eigentlich? Das wüsste ich... Oh. Oh. Äh, äh, ich fühle mich ein bisschen wie Luke in dem, in dem Müllschredder auf dem Todesstern. Äh. War das der Todesstern? Ja, ich glaube schon. Okay, warte mal. PDW-Time. Ich würde so gerne zielen mit der rechten Maustaste. Aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das Spiel hasst mich. So sehr. Wie so eine, wie so eine Schwiegermutter, weißt du, die einen hasst. Ähm. Da könnt ihr am wenigsten mal einen richtigen Beruf lernen. Wie viel Schuss haben wir? Haben wir noch genug? Wir haben schon noch ein Zahne. Aber das ist ja total unnötig, was ich jetzt gerade mache. Weil die Vieh hier machen eh viel mehr Spaß. Brauchst du, Mann, sie einfach mal zerschleicht. Flach, 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 flach. Ist da so ein großes Vieh? Aber das ist nicht groß genug schon. So, jetzt haben wir unten sogar mehr Punkte. Ich dachte, das ist prozentual. Aber nee, er zeigt sogar mehr Punkte an. Das wird nicht lässig. Nicht voll lässig. Wie Mording immer sagt. Mording sagt immer lässig. Mording kennt ihr nicht, ne? Ja, das tun wir von uns nicht leid. Bens. Headshot. Monster Kill. Kill, 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 kill. Erinnert ihr euch da dran? Unreal Tournament. Das waren noch Zeiten, Alter. Das waren noch Zeiten. Siehst du? Deswegen kenne ich das Spiel hier nicht. Also das Original davon. Weil ich immer Unreal Tournament gezockt habe. War das ungefähr zur gleichen Zeit? Nee, ne? Ich glaube, das hier war noch vorher draußen. Ich frage mich, ob das hier vor Duke Nukem draußen war oder nach Duke Nukem. Das wäre natürlich auch eine sehr, sehr interessante Frauke. Okay, Leute. Wir sind durch die Tür gegangen. Was erwartet uns hier? Ich weiß es nicht. Und ich werde es auch erst in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Ich freue mich schon drauf, dass euer Fisch kommt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.